Musik Wir sind heute in Mutenkoten bei Bauer Fußbodenbau und wir feiern hier heute das 50-jährige Firmenjubiläum und es sind viele Leute da und ich freue mich, dass ich auch hier sein darf. Ja, ich bin natürlich dafür da, um hier auch Autogramme zu geben, Fotos zu machen, Torwandschießen ist vorbereitet. Es geht ja auch immer um das Thema Öffentlichkeit beim Verkauf, wie werde ich wahrgenommen und dann bin ich einfach ein Teil davon, dass eben die Firma Bauer eben da auch in der Öffentlichkeit, in der Presse und so weiter eben auftaucht. Ja, ich freue mich besonders aufs Torwandschießen, denn das habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gemacht, seitdem ich das jetzt beim aktuellen Sportstudio aufgetreten bin, das ist mittlerweile auch schon fast 20 Jahre her, also von daher freue ich mich darauf besonders. Ich bin gespannt, ob ich da noch so treffsicher bin wie früher. Also das BOD-Mitglied soll mich bieten, weil es seinen Gästen einfach auch einen unvergessigen Tag bereiten soll. Es geht um Gemeinsamkeit, es geht um Erfolg. Ich habe in meinem Leben bisher sehr viel Erfolg gehabt, möchte das natürlich auch auf die Firma übertragen, für die ich dann eben an diesem Tag unterwegs bin, für die ich tätig bin und eben auch mit den Leuten, die eben als Gäste eingeladen worden sind, eben einen tollen Tag verleben, ein tolles Event bereiten und ich glaube, dass das dann auch für die Gäste was ganz Besonderes ist. Ja, mein Fazit des Tages ist ganz klar, ich habe ein tolles Erlebnis gehabt hier in Mottenkoten bei der Firma Bauer und ich bin froh, dass ich hier sein durfte, viele neue Leute kennengelernt. Auf der Torbahn war ich auch erfolgreich, also von daher, ich bin rundum zufrieden und fahre glücklich nach Hause.